Yo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du dabei bist bei einem Video, wo ich dir mal etwas genauer erzählen möchte, warum ich in den MSCI World Healthcare investiert bin und warum es meiner persönlichen Meinung nach der beste ETF ist, in dem man sparen kann, und zwar langfristig. Vielleicht mal kurz der Übersicht, was ist eigentlich in diesem ETF drin? Und zwar ist es eben ein Fonds aus der Grob-Gesundheitsbranche mit den zehn größten Unternehmen, die hier gelistet sind, von Johnson & Johnson über Pfizer, AbbVie, aber auch sowas wie AstraZeneca, Thermo Fisher und so weiter. Die machen circa 40% aus, wird aber regelmäßig alle paar Monate neu rebalanced, das heißt eben neu gewichtet, je nachdem, wie die Unternehmen performen. Und die Information habe ich hier direkt aus der Seite von MSCI. Und da sind eben im ETF derzeit 153 Einzelwerte, also 153 Aktien drin. Die haben eine Marktkapitalisierung im Durchschnitt von 47 Milliarden, sind also durchaus sehr groß, von kleinen, die sind bei 1,18 Milliarden bis hin zur größten mit circa einer halben Billion, also 472 Milliarden. Und das ist eben die Mischung zwischen großen, großen, großen erfahrenen Unternehmen bis hin zur kleineren, schon durchaus erfolgreichen Unternehmen, so um die Milliardenmarke, die aber noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben haben und eben dem ganzen Kuchen die gewisse Würzelein. Und die, ja, das ist jetzt ein bisschen interessant, und zwar, wo investieren wir da eben rein? Und das ist dann jetzt ein bisschen farblich aufgeteilt. Du hast zum Beispiel jetzt eben diese Pharma-Riesen, wie es vorhin zum Beispiel angesprochen, eine App wie, oder, was haben wir gesagt, hier, Novartis, ne, Novartis war nicht dabei, Pfizer. Und da ist eben, die machen jetzt circa 40, also 41,33 Prozent aus, wobei das jetzt die Daten sind vom Ende Mai. Das variiert natürlich auch minütlich, sekündlich. Und, ja, ansonsten hast du hier auch, ja, ich sage jetzt mal biotechnologische Sachen. Da sind dann zum Beispiel Unternehmen dabei, die sich für die Entwicklung von Medikamenten spezialisieren. Du hast natürlich auch Healthcare Equipment. Das sind dann eben Unternehmen, die dann bestimmte Materialien herstellen, die du brauchst, also zum Beispiel Zentrifugen, die du im Labor brauchst, oder Testgeräte und so weiter und so fort. Aber du bist auch hier dabei mit eben Managed Healthcare oder Life Science Tools und, und, und. Also was du eben hier halt auch hast, das sind nicht nur Unternehmen, die, ich sage jetzt mal, die Pillen herstellen oder die Geräte zu herstellen von Pillen, sondern auch Unternehmen, die in der Branche der Krankenkasse sind, also Gesundheitssysteme. Das ist dann eben ziemlich spannend und breit aufgeteilt in diesem Sektor des Gesundheitswesens. Und wenn wir uns das länderspezifisch angucken, fällt auf, dass die Aufteilung schon ziemlich amerikalastig ist, sprich 72,3% sind eben Amerika, also USA, um genau zu sein. Und ja, ansonsten Switzerland, klar, da hast du viele Unternehmen wie zum Beispiel Roche und ja, England, also United Kingdom, um genau zu sein, 4,59%, Japan 4,36% und so weiter. Da, sage ich mal, ist natürlich schon ein gewisses Risiko da. Zum einen, weil es eben sehr, ja, geolokal ist, das heißt sehr eben auf eine Region, geospezifisch. Auf der anderen Seite natürlich auch ein gewisses Währungsrisiko, das ist der US-Dollar, wenn der mal richtig abrauscht, ist natürlich auch ein Nachteil. Das wollen wir eigentlich bei einem ETF nicht. Gegenargument ist natürlich, die USA ist eben die Triebfeder der Wirtschaft, der Weltwirtschaft und die finden immer einen Weg, um die Wirtschaft oben zu halten. Und das ist natürlich ein Argument und deswegen wollen wir jetzt auch nicht in irgendwelche afrikanische Länder spekulieren, oder ich zumindest, die jetzt vielleicht gezeichnet sind von Instabilität, von hoher Volalität und von eben, ja, äußeren Faktoren wie zum Beispiel Korruption, Intransparenz und so weiter. Ja, wenn man es den MSCI World mal angucken, im letzten Jahr fällt auf, starke 17,71%. Das ist ein ziemlich guter Wert. Wir haben den November-Peak gehabt und danach ist es natürlich runtergerauscht. Gründe hierfür sind jetzt Anfang 2022 der beginnende Ukraine-Krieg. Die Gründe sind dafür die Zinspolitik, hohe Inflation, aber auch eben sowas wie Lieferengpässe. Und wenn wir uns mal bei der Konkurrenz anschauen, also Konkurrenz ist jetzt in dem Fall zum Beispiel der MSCI World direkt und der hat nur 8,84% gemacht. Ist ja auch irgendwie logisch, der hat ungefähr 10 mal so viel Einzelwerte dementsprechend breiter gestreut, auf mehr Sicherheit ausgelegt und dementsprechend dann auch weniger Rendite. Und wenn wir uns den NASDAQ angucken, der die letzten Jahre den Weltmarkt ja von Jahr zu Jahr mit neuen Superlativ, mit neuen Rekorden immer wieder den Atem genommen hat, der hat jetzt eben durch den Crash, kann man schon sagen, zumindest einiger großer Werte, wie zum Beispiel bei Amazon, Alphabet, bei Nvidia und so weiter, definitiv für Staunen gesorgt, denn er ist ins Negative der letzten Jahresbewertung Performance gerutscht und ist jetzt aber wieder bei circa 4,2%. Und ja, in den letzten fünf Jahren, hier mit Max dargestellt, sind es schöne 71,85%. Wir können uns das auch mal grafisch angucken und zwar sind jetzt hier auch von der Seite von MSCI direkt eben die drei Finanzprodukte vom MSCI World Healthcare, vom MSCI World und vom All Country World Index abgebildet und was natürlich auffällt, ist zum einen, dass ganz klar der MSCI World Healthcare übersteigt, das heißt seit Mai 2017, das heißt in den letzten 15 Jahren hat er fast 400% gemacht, während die anderen in Anführungszeichen nur 237 bis 251% gemacht haben, abgerundet. Und auffallend ist aber auch hier ziemlich interessant, finde ich, dass man die Verläufe sieht, das heißt, dass man eben schon Parallelen sieht, also die Verläufe sind eigentlich schon frappierend, das heißt, wenn beim einen was gefallen ist, ist es beim anderen was gefallen, also schon ziemlich, ziemlich ähnlich. Und man darf halt auch nicht vergessen, bei den letzten 15 Jahren, gerade von Mai 2007, die Lehman Brothers-Krise, da hat es ja fast einen Crash bei allen gegeben von 40, 50% ungefähr, was man hier erahnen kann. Das heißt, hätte man jetzt natürlich die letzten 15 Jahre, und zwar von 2009 an, dann wäre die Performance ganz anders. Man kann es auch hier rechts mal in Zahlen angucken, was das jetzt heißt, von 2008 bis 2021. Und es ist hier so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, also zum Beispiel 2008 hat der MSCI World Healthcare minus 21% gemacht und im nächsten Jahr 20%. Da ist natürlich auch immer klar zu wissen, also wenn du 100 hast und minus 20% machst, bist du bei 80. Wenn du dann wieder 20% plus machst, bist du eben nicht bei 100. Also so ein Minus ist halt immer schlecht. Und wenn wir mal gucken, zum Beispiel 2011 hattest du beim MSCI World Minus, beim World Healthcare eben nicht. Ähnliches Beispiel war bei 2015 und bei 2018 der Fall. Und da muss man sagen, abgesehen jetzt vom Jahr 2008, was eben die Weltkrise da war mit dem Crash der Banken, der Lehman Brothers, und ja, gab es nur 2016 mal ein schlechtes Jahr für die Pharmabranche mit minus 6%. Aber ansonsten wirklich herrlich. Wir gucken uns das auch mal an, wie das dann gemittelt aussieht. Im letzten Jahr konnte der MSCI World Healthcare, naja gut, okay, das sind jetzt Daten, da steht jetzt 4% und minus 4, minus 6. Das liegt einfach daran, dass das letzte Jahr von Mai bis Mai ist. Und bei Trade Republic, bei der anderen Darstellung, ist es wahrscheinlich von Januar bis Januar. Ich kann mir das jetzt sonst nicht erklären. Und year to now auch da nur 7%, was finde ich eine richtig gute Sache ist. Aber das richtig Spannende kommt eigentlich jetzt hier, wenn wir uns das mal angucken. Und zwar, wenn wir seit Auflage des MSCI World Healthcares von Dezember 1994, hat der Fonds jährlich, und das ist unfassbar, eine Rendite von 11,15% erzielt. 11,15% jährlich. Ich meine, ich finde schon 7,78% und 8% vom MSCI World natürlich überragend. Das ist ein toller Wert. Und man darf nie vergessen, was wir hier haben. Wir haben breit gestreute Fonds beim MSCI World zum Beispiel. Und du investierst in den Weltmarkt, musst nichts machen, das ist alles passiv investiert. Und da 8%. Also ich finde persönlich, das ist doch überragend. Jetzt aber ein paar Gedanken, einfach mal zur Branche, und zwar zur Pharmabranche. Ich muss selber sagen, ich habe in der Pharmabranche vor meiner Weltreise, auf der ich mich gerade befinde, gearbeitet. Nicht nur ein gutes Geld gemacht, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz gehabt. Ein Beispiel einfach, du bist während der Corona-Krise immer wieder konfrontiert mit Leuten, vielleicht auch du selbst, die einen unsicheren Job haben. Und schlimmerweise auch Jobs, die eben essentiell sind in der Pflege und sonst was, wo einfach das Geld gefehlt hat, wo maßlos überfordert waren. Und ja, viele haben auch ihre Jobs verloren. Und Einzelhandel zum Beispiel. Und bei der Pharmabranche war es eben so, ich habe eben öfter Boni bekommen als sonst, eben weil es so gut gelaufen ist. Ja, warum? Es gibt eine Branche, es gibt eine Krise. Und was machen die Leute, die zum Beispiel angewiesen sind auf regelmäßig Medikamente, zum Beispiel Blutverdünner oder wenn du eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung hast oder Typ 2 Diabetes etc.? Was machen die Leute? Die haben es dann, die kaufen sich für den nächsten Monat und Wochen und Jahre vielleicht sogar. Und ja, wenn die Leute sterben, beziehungsweise wenn die Leute die Medikamente lang halten, verlaufen die, laufen die ab, müssen sie neu kaufen. Und da ist natürlich, da rollt natürlich der Rubel für die Pharmabranche. Und ganz klar hier natürlich auch, und das ist ein Gedanke, ich sage halt wirklich, wenn du wirklich einen krisensicheren Sektor willst, du gehst in die Pharmabranche, sind die Leute krank und brauchen Medikamente, teilweise sogar monatlich, täglich, dann werden die, dann sind sie quasi wie der Fixer, der an der Nadel hängt, am Heroin, genauso hängen sie dann an der Pharmafirma und bringen dann wie so ein Monatsabonnement immer das Geld rein. Und dann gibt es natürlich auch so Situationen wie zum Beispiel die Corona-Krise. Und da ist es dann eben so, dass dann einfach gesagt wird, okay, Medikamente nimmst du, wenn du krank bist, aber hier zur Prävention wird mal die ganze Welt geimpft. Und das ist halt übrigens in dem Fonds auch praktisch, da sind dann eben auch Unternehmen dabei, die aussichtsreich in der, ja zum Beispiel Bekämpfung von Pandemien tätig sind, zum Beispiel bei der Herstellung von Vakzinen. Deshalb ist für mich quasi die Pharmabranche unkaputtbar, weil wir darauf angewiesen sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal angucken, das Bild hier symbolisch soll die IT-Branche darstellen. Natürlich ist die IT-Branche momentan wahrscheinlich das Nonplusultra. Die größten Unternehmen, die drei größten, das sind zum Beispiel Microsoft, Apple und Amazon. Und das sind Unternehmen aus dem Sektor. Und dennoch sage ich eben, dass dieser Sektor immer wieder volatil sein wird. Er hat vielleicht viele Möglichkeiten, aber langfristig ist mir persönlich das zu spekulativ. 2000 gab es mal die Dotcom-Blase, die geplatzt ist. Und auch jetzt hat man gesehen, was es sein kann, wie schnell zum Beispiel der Nasdaq richtig, richtig fällt. Also du hast da eine größere Instabilität. Natürlich auch selbstredend, dass die Chancen viel, viel, viel höher sind, dass da eben zack, zack, zack Unternehmen sich in kürzester Zeit vervielfältigen in ihrer Marktwert. Und dennoch sage ich ja, was ist denn jetzt gerade mal, wenn es mal wirklich sowas gibt wie eine E-Bombe? Das heißt, die ganze Elektrizität, die wird irgendwann mal vielleicht gekappt, dass es neue Arten von Cyberwars gibt und, und, und. Klar wird es auch wieder die Cyber-Security-Branche beflügel und, und, und. Aber ich bin da einfach so ein bisschen skeptisch langfristig. Aber der Grund, der wahre Grund, warum ich das bin, ist einfach, ich kenne mich auch zu wenig in der Branche aus, bin auch nicht so IT-affin und möchte es auch nicht sein. Und deshalb sage ich, okay, ich, ne, Schuster bleib bei den Leisten, ich vertraue da eher mehr, wo ich Ahnung habe. Und andere Branchen, Banken, sagen wir mal 2008, bestes Beispiel, dass die eben nicht gewappnet sind vor Crashs, dass dieser Sektor viel gefährlicher ist als jetzt die Pharma-Branche. Viel Misstrauen gibt es dagegen. Und wenn jetzt auch wirklich noch Kryptowährungen kommen, die vielleicht immer weiterkommen, wird es, denke ich, auch ganz vielen Banken dann an den Kragen gehen, wenn sie da nicht irgendwie künstlich gerettet oder subventioniert werden, weil dann immer mehr Kunden abspringen und sagen, okay, die wollen es jetzt in Form einer eigenen Wallet, in der eigenen Hand haben und so weiter. Wir gucken uns mal an, das sind jetzt Branchen, die sehr volatil sind. Hier als Beispiel die Rohstoffbranche, die ja gerade in so Zeiten des Kriegs irrsinnige Sprünge machen, wo du halt gar nicht richtig gut kalkulieren kannst. Und wo ich persönlich die Finger lassen will, es gibt weitere Beispiele, erneuerbare Energien oder andere Sektoren, wo einfach immer eine Gefahr ist, dass die Branche, dass der Sektor langfristig vielleicht nicht das abwirft oder wo dann eben schwer zu kalkulieren ist. Mein Fazit am Ende nochmal zu dem Fonds, zu dem Pharma-Fonds, das ist natürlich keine Kaufempfehlung und das soll auch keine Finanzberatung sein. Ich bin kein Finanzberater. Ich werde auch keinesfalls meine ganzen Ersparnisse in den Fonds reinlegen. Ich bespare den monatlich. Das ist mein einziger ETF, der ist auch wirklich zur Zeit, zur Altersvorsorge gedacht oder eben für schlechte Zeiten, sprich für Zeiten, in denen ich das Geld brauche, sprich Notgruschen. Aber ich bin der Meinung und vertrete auch die Meinung, dass das der beste Fonds ist, langfristig gesehen, weil er eben genau meiner Meinung nach das perfekte Risikomanagement hat. Also im Vergleich zum ETF, zum MSCI World ist er natürlich nicht so breit diversifiziert und hat ein hoheres Verlustrisiko, aber eben auch diese höhere Renditechance, weil er flexibler ist, weil er kleiner ist. Dahinter stecken eben 153 Unternehmen, also schon eine Größenordnung, wo ziemlich sicher ist. Also wenn du ein Portfolio hast mit 10 Aktien und jetzt hast du auf einmal einen Fonds mit über 100 Aktien, das ist natürlich schon ein Wort. Und da sind natürlich auch richtig, richtig große Aktien dabei, mit die größten der Welt, also Unternehmen. Und das ist natürlich auch sowas, wo ich sage, da spricht dafür. Jetzt kann man natürlich auch moralisch dagegen sagen, boah, ne, nur in einen Pharmafonds investieren, das geht ja gar nicht. Das sind ja die Teufel, die da rumlaufen, die ganzen Pharma-Lobbyisten. Ja, die Branche, ist tatsächlich sehr janusköpfig, die sehr, hat zwei Seiten, zum einen retten sie Leben, zum anderen verweigern sie armen Ländern, keine Ahnung, vielleicht Botswana, die Möglichkeit, ihre Patentrechte rauszugeben, dass eben kostengünstig, ohne finanzielle, ohne der Absicht der finanziellen Bereicherung, günstige Generika hergestellt werden können. Das ist leider auch Fakt. Und das mit der Gewinnerzielungsabsicht, die eben manchmal über Menschenleben steht, ist traurig und ist Fakt. Aber nichtsdestotrotz, man muss es auch positiv sehen, ich glaube, jeder, der mal Schmerz gehabt hat oder Schmerz hat und dann die Möglichkeit hat, eben Geld, Geld, sage ich, Medikamente zu bekommen, die dagegen eingesetzt werden, der ist unendlich dankbar. Und deswegen, ja, wie gesagt, janusköpfig hat es dann vor und hat es dann wieder. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen zurück zum Thema, ich bleibe dabei, der geilste, der beste Form. Und ja, sag mir mal du, was deiner Meinung nach der beste Form ist, wo du am besten eine Erfahrung machst und wo du wirklich nachts problemlos schlafen könntest, wenn du jetzt die nächsten 30, 40 Jahre besparst, ohne zum Beispiel die Möglichkeit zu haben, ins Internet zu schauen. Sprich, welchen ETF würdest du besparen, wenn du sagen könntest, okay, monatlich kommen jetzt 10% deines Gehalts auf einen Fonds oder in einen Fonds, den du besparst, darfst dabei erst bei Eintritt des Rentenhalters zugreifen und davor hast du keine Informationen, welcher Sektor wäre es oder in was würdest du investieren. In diesem Sinne, alles Gute, bleib gesund und hoffentlich bis bald.